Genau, perfekt. Das nennt man Vorheiz. Okay, dann würde ich sagen, machen wir nochmal völlig schlechten Klappen. Ja, du gibst ja so richtig Gas hier, das gefällt mir ja. Das ist geil. Machen wir nochmal völlig schlechten Klappen. Dann kannst du mal jetzt ins Gaspedal voll reinstiefeln. Lässt mal rechts, die Bremse aber erst in der Hand. Dann führst du links so ein bisschen auf den Wind raus, so dass wir es auch wirklich schön filmen können. Zur Kameraohr aus dem Wind raus. Und dann reifst du mal richtig schlechten Klappen rein. Bitte dann gleich raus auf den Gas. Jo, geil. Klappen nicht nach links. Leid stabilisieren, super. Ja, und Eindruckskante in den Wind dran. Ja, dann machen wir gleich nochmal so ein Ding, oder? Ein bisschen mehr noch euren Wind rausdrehen und dann mal so richtig dick jetzt. Wenn du mutig bist, kannst du auch mal die Bremse an den Drucklauf dran machen. Noch mal ins Gaspedal und dann geht die Bremse aus. Wow, geil. Klappe geht nach links. Schöne Klappe. Leide nicht direkt zur Kamera. Aber wow, der war richtig fertig. Geil gemacht. Ja, super. Ich sag mal nochmal einen halbeschleuchten oder vollbeschleuchten Frontstill. Aber wirklich ins Gas reingehen. Dann den kompletten A3 wird bitte ganz, ganz wichtig bei dem Schirm auch. Äh, inklusive der Ohrenanlegung. Komplett alle A104. Raus aus dem Gas nicht anbrennen. Leichtes Abknicken vom Ankelenk reicht da aus. Du musst nicht komplett wurscht ziehen. Okay, mach rein. Ja, Arme nach oben. Nicht anbrennen. Genau. Ja, mach gleich nochmal einen. Auf geht's. Einer geht noch. Und schau vielleicht nochmal kurz deine Flugrichtung an. Ja, schau vielleicht nochmal rein und dann kommt's im Ufer. Alles klar. Zack, ja mal die Arme hoch. Nicht anbrennen. Lass ihn anfahren. Jawohl. Nicht zu viel brennen. Und gleich nach links zurück Richtung Ufer. Oder rechts. Immer besser.